Nöööö... Also, ganz ehrlich, die haben hier On Furthermore Bücher, aber nichts, wovon ich was lernen kann. Das ärgert mich immer so total. Normalerweise nimmt die Bücher ja auch alles mit, aber das mache ich dann, wenn ich ein eigenes Haus dann habe. Ich kann da gerade stehlen. Ich habe nicht aufgepasst. Shit. Aber eigentlich nicht, sonst hätte er ja gleich reagiert, oder? Da draußen. Was? Ein Schwertf夏... Alter, was? Okay. Also manchmal ist es doch gut, in die Bücher reinzugucken. Vielleicht wäre es besser, das mitzunehmen, oder? Die Legende des Roten Adlers, nehmen wir mal mit. Irgendwo habe ich auch mal im Internet übrigens eine Liste gefunden, von den Büchern, von denen man was lernen kann. Die Liste war recht lang. Aber das Problem ist, die Bücher musst du halt auch erst mal finden. Das stand zwar auch dazu, wo es die Bücher gab, aber ich bin mal ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, extra nach Liste hier die ganzen blöden Bücher dann zu suchen. Irgendwo habe ich dann auch keine Langeweile, ne? Jaja, ich kann nicht rennen, danke. Er muss die Festung bewachen. Wacheschieb ist aber auch wichtig. Das vergessen die meisten eigentlich. Klar, sie wollen alle kämpfen, sich rum und alles so erwerben, sag ich mal. Aber hallo, wer bewacht denn dann bitte die Frauen und Kinder in der Festung? Wenn die alle da draußen rumrennen. Das wird halt oft vergessen. Und das nervt mich dann an sowas echt ganz schön. Mh, 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 mh. So. Machen wir erst mal hier drüben weiter. Uh, 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 Illusionen verbessert. Uh, wir haben was verbessert. Meistens sind die Bücher ja was wert. Nehmen wir mit. Hm, Geldbeutel. Hm, sieben mitgenommen. Also eigentlich muss ich nur nach wertvollen Büchern gucken, habe ich gerade das Gefühl. Hoffe ich jedenfalls. Nehmen. Wird aber bestimmt nie so sein. Also wir gucken mal. Ich gucke überall in die Bücher rein, die mehr als Zähne wert sind. Oh, da liegt noch was. Boah. Uh, Schatzkammer. Uh, Schatzkammer. Ne, das ist still. Das ist über Zähne wert. Bringt aber nichts. Mist. Mitgenommen. Okay, nehmen wir mit. Bücher, von denen ich Aufträge kriege, nehme ich übrigens auch mit, wie er ja mitkriegt jetzt. Kannst du nicht noch was tragen? Was soll ich nehmen? Das ist jetzt cool, ne? Ich hab den, der rennt die ganze Zeit hinter mir her und ich bin überladen. Ich bin eigentlich wegen Essen überladen, das weiß ich. Aber wir können ihm ja trotzdem ein bisschen was abgeben. Hier so jetzt mal sowas hier. Die ganzen sinnlosen Kladaradatsche. Zaubertränke. So, was können wir ihm noch geben? Haben wir hier noch? Ja, die Bowle haben wir sinnlos drin. Das, das. Die Knochen geben wir ihm wieder. Die Fackern haben auch ein bisschen Gewicht. Die müssen wir auch langsamer verhökern. So, ein bisschen was haben wir wieder mit. Komm mal. Lass du mich mal raus. Da ist ein Kleiderschrank drunter. Mit Gold drin. Aha. Und wieder wertvoller Kleidung. Jedenfalls sieht es im ersten Moment immer so aus, wenn man das so mitnimmt. Hier wird nicht rumgetrödelt. Hm, Käse. Trinken. Essen. Trinken. So, ansonsten, was könnte ich euch jetzt noch ganz dummerweise erzählen? Ähm, ja, bei uns waren halt wieder ein paar sehr heiße Tage. Den möchte ich übrigens mitnehmen. Aber, ja. Nicht aus dieser Stadt. Den finden wir noch ein paar Mal. Waren das ja gute Stiefel? Habe ich gerade nicht aufgewandelt. Na, 20. Na, nehmen wir mal mit. Ähm, wie gesagt, dieser schwemende Stein. Ich habe ihn schon das eine oder andere Mal geklaut. Muss ich zugeben. Aber aus einer anderen Stadt halt. Nicht von hier. So, was ist denn das für ein Buch jetzt gewesen? Gut. Haben wir nichts davon gelernt? Gut. Nein, und, ähm, dieser Stein, dazu gibt es eine Mission. Den habe ich, aber ehrlich gesagt, habe ich noch nie gemacht. Wie töte ich einen Troll? Bringt uns, glaube ich, auch nichts. Schlafen will ich jetzt nicht. So, hier waren wir fertig. So, gehen wir wieder in die Halle rein. Also, wir gucken uns jetzt generell ein bisschen um, würde ich sagen. Hm? Hm. Jetzt sind wir oben. Genau, ähm, können wir ja auch noch so ein bisschen was uns durchgucken. Ähm. Dum, 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 dum. Wir räumen hier mal alles so ein bisschen aus, als das da alles was... Nein, wegstecken, wegstecken. Wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal so alles mit, was so ein bisschen an Wert hat. Nur aufbrechen will man irgendwie nichts. Oh, gut. Was ist damit? Ein wertvolles Buch, das mir nichts bringt, okay. Aua. Ey, der steht mir voll im Weg da. So, waren wir oben durch. Geht's hier unten eigentlich noch irgendwo lang? Weil hier sind auch noch Türen. Hier können wir ja nichts mitnehmen, das ist ja alles stehlen. Bücher. Okay, haben wir hier noch was wertvolleres? Irgendwas wertvolleres, von dem ich was lernen kann? Nö. Doch. Mitnehmen. Geldbeutel? Oh, das habe ich jetzt auch mitgenommen aus Versehen. So. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie ihr anderen großen Frieden? Nö. Warum sollte ich? Ich bin hier, um euch alles wegzunehmen. Was ich irgendwie als nützlich erachte. Holzschale. Was will der mit einer Holzschale? Am Bett. Na gut, wir haben jetzt Lavendel noch gefunden. Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zauberflüge vor. Okay. Wir wollen jetzt nicht noch mehr rum experimentieren. Dü-dü-dü. Dü-dü-dü. Mit dem Salzgegen will ich noch was kochen. Aber erstmal halt, hier sind noch Äpfel. Na toll, jetzt habe ich die Bohle wieder mitgenommen. Wann ich noch was? Also wie wir mitgekriegt haben, wir haben jetzt auch einiges an Nebenmissionen, gerade nur in Büchern gefunden. Das ist nicht gerade Sinn und Zweck der Sache, finde ich persönlich. Persönlich? Darum ist noch ein Bier. Oder ein Wein. Irgendwas. Na, benutzen. Jetzt hat er dreimal E gedrückt und das dritte Mal funktioniert es. Ist auch ein wenig seltsam. Gekochtes Ringfleisch. Haben wir. Haben wir auch. Gut. Haben wir ein bisschen was gekocht. Können wir das? Haben wir schon. Gut. Wie viele Spione, Sabateure und Attentäter wollen unsere Feinde denn noch schicken? Viele. Jetzt gehen wir mal in den Keller. Mal gucken, ob wir da noch was mitnehmen können. Und über den Keller kommen wir ja dann auch wieder raus. Stehen. Das ist alles stehen hier unten. Okay. Da liegt einer. Hier können wir nichts machen. Das ist ärgerlich. Ich würde da so gerne reingehen. Oh, da ist Kena. Da geht sie da raus. Wenn ihr in Richtung Osten unterwegs seid. Ja, ja, Richtung Osten. Was auch immer er uns gerade sagen wollte, es war mir egal. So, wir haben ein bisschen was zum Verkaufen. Ich habe mich eine Runde gestrickelt. Dieser Stuhl ist mordsunbequem. Ich hoffe, dass endlich mein neuer Bürostuhl endlich kommt. Endlich, endlich. Er war nicht billig, aber echt mega geil soll er sein. Eine Freundin hat ihn schon. Und ich habe da nämlich drauf gesessen und auf, äh, ja, dieses Probesitzende hin haben wir den nämlich damals bestellt. Wartezeit von sechs Wochen. War natürlich nicht so toll. Jetzt ist allerdings schon fünf Wochen oder so sind es schon vergangen seitdem. Und es gab auch immer noch keinen Hinweis, dass er verschickt wurde. Deswegen, ich hoffe, dass er bald kommt. Weil mein jetziger Schuh ist echt mordsunbequem. Nun, 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 nun. So. Wer so sagt, weiß nicht weiter. Ich weiß. Wir haben warmes Essen, warme Getränke. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet... Natürlich. Nein. Heute gehört das Zimmer euch. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Ah. Zutatensalz. Ich weiß. Du musst dir kein Essen kaufen. Doch, Leute, ich muss mir Essen kaufen, weil ich Hunger hab. Ich weiß, die Logik versteht keiner. Es ist ein Spiel. Ich weiß. Aber, Leute, lasst mich doch bitte. Dankeschön. So, Gesundheitspunkte unterstellt das her. Solange es Gesundheitspunkte herstellt, behalte ich. Weg. Ist nur Gewicht. Also, Mehlsäcke verkaufe ich dann wirklich jetzt langsam mal, weil wir haben immer noch kein Haus. Wenn ich kein Haus hab, werde ich sowas nicht sammeln. Ich will wissen, wie viel da drin ist. Ja, zeig mir mal mein Zimmer, dann geh ich mich mal ausruhen. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Wie eine Schande ist das. So. Wir schlafen mal zwölf Stunden. Wir haben ja noch kein Haus. Schlafen wir halt so. So, meine Lieben. Da haben wir jetzt zwölf Stunden geruht. Ach, die Klappe. Ich hab jetzt zwölf Stunden geschlafen. Sollte reichen. Na, ist furchtbar. Ach, so furchtbar. Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Faul und undiszipliniert. Irgendwoher kenne ich das doch. Ich habe nach euch gesucht. Ein Kurier. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Dann gib her. Lasst mal sehen. Ach, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, weh? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ein Brief vom Jarl. Okay. Das war alles? Oh, la va, so gut. Ein Brief vom Jarl. Falkenried. Sprich mit Jarl vom Falkenring. Mai von Riva. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Sittegea und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrwürdigen Stadt Falkenried zu sein. Man hat mir aus ganzem Mitrand von euren Großtaten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt des Tane von Falkenried interessieren könntet, sprecht bei eurem nächsten Besuch in Falkenried doch bitte mit mir. Falkenried halt. Neben der Ehre, die diesen Titel mit sich bringt, hat ein Tane außerdem Anrecht auf einen eigenen Huskerl. Und ganz unter uns sollten sich eure Dienste für mich als nützlich erweisen, könnte es durchaus sein, dass eine hervorragende Parzelle in Falkenried für euch frei wird. Und nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Ich verbleib Jarlsitk von Falkried. Jo, mach mal doch gerne. Aber erst möchte ich dieses Haus fertig haben, damit ich dort von dort auch alles dann mitnehmen kann, natürlich. So, wir haben hier in der Nähe übrigens ja auch die Höfen, also die Gehöfe. Gehöfe. Und da werden wir jetzt mal gucken, ob wir dort ein bisschen Nahrung loswerden, weil ich brauche weniger Gewicht. Von wegen weniger Gewicht. Wir haben doch noch ein bisschen was zu verhökern. Also auf 5.000 kommen wir trotzdem nicht, wie sich jetzt so schon. Aber wir werden auf jeden Fall ein bisschen was noch verkaufen jetzt. Also wir haben ja jetzt noch ein bisschen was zu verkaufen. Es ist aber auch noch zu früh, um dafür was zu verkaufen. Moment. Tee war das. Mach mal nochmal drei Stündchen. So. Komm du mal her. Komm du mal her. Was soll ich nehmen? Ja, was nehme ich dir denn jetzt ab? Der hat Zähne. Dies. Die Bowler. Brauchenschuppen darf er erstmal weitertragen. Die Fackeln wollte ich verhökern. So. So, jetzt sind wir natürlich wieder radikal überfordert. Äh, überladen. Geht ihr doch. Aber naja. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Naja, wir kümmern uns gleich. Aber. Habe ich. Was können wir machen? Eiseisen, Beschlag. Schmuck, ja. So, kaiserliches. Starr. Starr war ein Handwerk, glaube ich, kein mehr. Nee, da ist Schmuck. Cool. Amodiertes Knochen habe ich. Was brauchen wir denn dafür? Sechs Knochen habe ich. Federn. Knochen habe ich. Schädel. Wo kriege ich einen Knochen habe ich her? Mal ein Granat drin können wir machen. Oder drei. Cool. So, Maumaterialien. Können wir alles später dann natürlich gebrauchen. So. Mademoiselle. Ein bisschen was haben wir ja hier zum Verkaufen. Wie das da, das da. Äh, Bekleidung. Das da und das da. Und sonstiges behalten wir erst mal alles. Ja, guck mal, wir können wieder rennen. Wuhu. Ja, irgendwie mache ich das. Irgendwie bin ich Söldner. Irgendwie bin ich überraschenderweise ein Söldner. Da könnt ihr mir alle sagen, was ihr wollt. Mal auf die Uhr gucken. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Hört euch das an. Ein Verwandten. Er würde sogar seine Schwester bestimmt verkaufen. Aber soweit habe ich es noch nicht gewagt zu probieren. So, hier hat man nichts. Bekleidung hat man hier bestimmt einige. Oh, naja, besser als nichts. Ne, wir bringen ihn auch so um sein Geld. Also wenn man dann viel davon hat, dann bringt das halt trotzdem was. Ist jetzt schon wieder genau im Durchzug. Nett. Ich muss aber ein Stück vorrutschen dann. Das tut mir dann auch leid. Haben wir noch hier was? Alles mehr. Alles mehr wert. Ja, ja, er tut alles für uns. Um uns das Beste zu geben. Was auch immer. So. Renne, renne, renne. Wir haben jetzt ja immer noch nicht so viel. Moment, wir hatten doch... Quest, Handbuch, das hier. Vorstellige Gände von Grau. So, wollen wir vielleicht jetzt schon mal nach Falkenring fahren? Nein, tut mir leid. Nichts. Weil, guckt mal, wir haben ja jetzt hier noch einen ganzen Berg an Missionen gekriegt. Die hier oben können wir erst später machen. Was haben wir denn hier? Ich finde... Ach ja, das habe ich übrigens auch immer noch nicht selber gemacht. So, Falkenring ist nämlich hier unten. Wir könnten jetzt hier hinreisen und da rüber laufen. Wir müssten übrigens ja auch noch das hier machen. Ach, das machen wir alles später noch. Gehen wir mal zum Hof. Wie gesagt, ich wollte noch ein bisschen was loswerden. Einmal am Tag unsichtbar sein wegen dem Schattenstein wäre ja immer was. So, weil meistens kaufen die Leute ja einem was ab. Nein. Ich verkaufe Karten. 61. Für ehrliches Geld. Und 88. Für 100. Wuhu. Was? Da. Cool. Mir gehört der Weg. Ehrliches Geld. Für ehrliches Geld. Ich habe gerade nochmal 12 geerntet und 24. Wow. Cool. Wir haben jetzt 3.997. Wir kommen den 5.000 immer näher. Haben wir hier auch nochmal Kohl? Ne, habe ich mal schon geerntet. Na gut. Haben wir auf jeden Fall das erledigt. Jetzt werden wir ein bisschen was sammeln wieder. Weil ich möchte ja immer noch ein bisschen leveln. Ne, ihr Lieben. Wir wollen ja leveln. Ich bin halt etwas schlecht im Kämpfen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Deswegen passiert es halt auch immer und immer wieder. Komm runter. Vielen Dank.